Cuphead! Die Leute lieben Cuphead! Das neue Videogame! Ok. Jump. Jump. Triangle. Dash. Jawohl. Oh Leute, habt ihr dieses Video gesehen von diesem einen Spieletester? Der ist nämlich hier gestanden und der konnte den Sprung nicht schaffen. Der ist immer hier dagegen. Das Ganze. 26 Minuten lang. Spend 25 Jahre. Riding for games. And this is him playing the tutorial. I absolutely love the art direction of this game. It is incredible. You know, he can't seem to make this jump that, you know, I haven't played the game myself, so I don't know, but maybe you've seen it already. It kind of went viral just because of how god-awful it is. Hahaha. Ich habe das immer nicht geschafft. Botanic Panik. Okay, hello there. How are you? What are you doing? Scheinbar nicht so gut. Und Special Attack! Jawoll! Knockout! Here we go! Woho! Ich habe hier ein Achievement bekommen. Oh lol! Das ist safe, though! Haha. Auf die Pflanze. Warten wir noch einmal. Sooo, super. Jawoll! We did it, boys! In a perfect playthrough. Oh, 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 oh. Oh shit, ah ja. Was macht er? Oh! Oh Gott! Oh Gott! Okay, so... ... jetzt... ... springt der da rein? Oh! Suddenly... Kastenautobacht! Okay?! What?! ... ein Mal müssen wir den noch... ... ein bisschen hart... ... ein bisschen treffen. Bitte gib mir nicht Geld. Bitte alles noch nicht... Okay, okay, okay. Jawoll! Hm! Geld durch! Welche Freunde müssen weitergehen? war das easy easy peasy lemon squeezy views of the news hello there der ist da weiter gesprungen ist unfair ja mal schauen wie die dritte face aussieht hier dann ist der boss war der richtigen sie dann ist dann ist alles klar das hätte fast sehr sehr böse geändert sehr sehr schnell der eskelheit lol die hat die hat fünf faces was machst du jetzt okay schießt mal drauf okay warum nicht so kommen jetzt gehen dich mal kaputt meine herren na bitte es geht auf zwei hp in der letzten phase let's go oh shit but it's not come on come on come on come on now come on now come on now come let's go let's go jawohl there we go jetzt yes floral furry müssen wir jetzt gegen eine katze kämpfen oder was ne oh shit irgendwie habe ich sehr angst vor diesem gegner wo warum habe ich wie habe ich das gerade gedodget okay jetzt muss ich gucken wurde es okay nur hier hier alles cool kann ich da irgendwie so war so gut alter wieder ich weiß nicht wie der heißt kann es mir einfach die ganze zeit in der er ist eine waffe mit butter die animation fand ich cool das habe ich dort wo spricht er denn hin alter habe ich dem seine ai kaputt gemacht stark auf auf nein nein Nein, was? Oh, du Arschloch, du scheiß Arschloch. Das ist der eine, Leute. Das ist der eine. Ich kenne es jetzt. Komm schon, geh zurück! Das ist alles. Nein! Ja, ja. Ja! 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 Das war der Nascope. Oh, holy shit. Yes! Suck it! Suck it! Wir kriegen das Timing. Wir kriegen das Timing hin. Das haben wir schon mal beim letzten, äh, bei der letzten Phase ein HP mehr. Das ist doch schon mal was. Ich glaube, der, äh, der Feuerball, oder die Feuerbälle. Das ist doch schon mal was. äh, können entweder oben oder unten spawnen. Das ist mit vielen, vielen Attacken so in diesem Spiel, dass die entweder ganz oben oder ganz unten spawnen, aber nie in der Mitte. Okay. The more you know, fuck. The more you know, fuck. Oh shit! Okay. Okay, noch eine Sache, die mir aufgefallen ist. Während dieser Flammenwerfer da ist, quasi, schießen die keine normalen Angriffe. Das, wir holen uns den jetzt. just get wrecked son Rrrrrra-Rrat-ma-do, noooo! Victory! Woohoo! Die Level sind viel zu einfach, im Vergleich zu den anderen Leveln. Snacks and Treats. Treats wahrscheinlich. Was zur Hölle schießt du die ganze Scheiße auf? Hallo? Sag mir, das ist das Ende. Warum schreit du? Ah, nein. Alright, sieht gut aus. Es sah gut aus. Bitte! Yes! Yes! We did it! Sex and High Jinx. Oh mein Gott. In dem Titel kam allein schon Sex und Jinx vor. Das kann nicht gut ausgehen. Ach du Scheiße. Die sieht auch aus wie so eine Jinx. Naja, mehr wie so ein Hentai-Monster. Aber gut dafür. Wollen wir hier nicht reden. Fuck. What? Oh nein. Was machst du? Er wird mich 100 pro töten. Oh oh. Wait. What? The fuck? Wenn die auf mich schießen, ist es mir... Relativ egal. Weil die denen einiges an Schaden machen. Lol. What? 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 What the fuck is this? Wo bin ich denn jetzt gelandet? Wo bin ich denn jetzt gelandet? Wo bin ich denn jetzt gelandet? Ich mache jetzt mal noch ein Halina? Ich habe nichts. Und das geht jetzt ab. Bis zum nächsten Mal. 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 Okay. Bis zum nächsten Mal. Und nicht. Bis zum nächsten Mal. I like that. Okay. Come on. Come on. Come on. Post. Prost. We are going. We are going to do this. What? Okay. Okay. Let's go. We are going. We geht's game. guys. We are going to get one. Come on! Jawohl! 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 Ja, Mann! Ja! Ja, Mann! Der Scheißboss hat 2 Stunden gedauert! 2 Stunden! Das ist Bullshit! Was soll diese Hitbox? Das macht überhaupt keinen Sinn. Okay, wir haben wieder das einfache Pattern von den Balls bekommen. 2 HP. Sieht eigentlich ganz okay aus. Jetzt sieht es sogar relativ okay aus. Ich sag nicht, dass es gut aussieht. Okay, ich sag nicht, dass es gut aussieht. Aber es sieht tatsächlich relativ okay aus. Jetzt sieht es sogar relativ ziemlich okay aus. Wir haben den richtigen Rim-Drop gegeben. Sie haben den richtigen Rim-Drop gegeben, Alter. Untertitelung des ZDF, 2020